Servus Leute und damit Willkommen zur Season 2 von Techit. Wie ihr hier links oben seht, ach ne seht ihr ja gar nicht, äh, fail, ähm, spielen wir dieses Mal Techit Lite und mit mir dabei ist natürlich wieder Paddy. Hallo und, ähm, ich glaub wir haben am Anfang ein bisschen was zu sagen zu der alten Season. Ja, ungesinnt. Ähm, und zwar erstmal die Info, wir nehmen jetzt auf, in der Zeit, wo die Season 1 überhaupt noch, überhaupt noch nicht öffentlich ist, so, Punkt. Ja. Ähm, es gab nämlich einen kleinen Fehler von mir und zwar, ähm, haben wir diesen Server bei Nitrado, ähm, sozusagen gemietet und... Nitrado? Nitrado, ja. Und da war ich natürlich so dumm und hab diese Reaktivierungszeit vergessen. Das heißt, der Server war dann weg. Und, dann hab ich natürlich gleich zwei Stunden danach, äh, oder ein paar Stunden danach Nitrado angeschrieben, da haben die gesagt, ja, sie hätten noch ein Backup davon. Hab ich natürlich gedacht, ach Gott, scheiße, da ist mir das Herz ins Hose gerutscht. Ähm, aber dann stellte sich natürlich heraus, die Backups sind natürlich unnütz. Oder un...unbrauchbar. Ja, unbrauchbar. Sie haben sie mir geschickt. Kannst vergessen, die Welt ist irgendwie zerstört, da fehlen Dateien, dass die nicht mehr geht. Fragt mich nicht wie. Wir haben es aber geschafft, ähm, ich guck mal kurz nach. Wir haben es ja zumindest geschafft, ähm, 61 Folgen vorzuproduzieren. Und, ähm, damit würde ich dann halt einfach sagen, das hier wird dann die Season 2, in dem wir dann aber Tagit Light spielen, haben wir uns jetzt entschieden. Ja. Denn wir finden Tagit, oder ich finde Tagit irgendwie nicht so interessant. Und da... Das normale? Das normale, also es stinknormale, weil... Weil ich finde, dass es da viel weniger Maschinen gibt, mit denen man arbeiten kann. Weiß nicht, wie es du jetzt siehst, oder? Ich sag mal nichts dazu, aber ja. Also, es gibt, glaub, ich weiß nicht, in diesen normalen... Wie weniger Maschinen gibt es in normalen Ticket auf jeden Fall nicht. Ja, genau. Deshalb haben wir uns hier entschieden, jetzt Ticket Light zu spielen. Und es leichter ist. Und Heiko ist der Sponsor, also wenn der Server laggt, ja. Heiko. Vielen Dank, Heiko, an den Server. Heiko. Du hast gerade einen Kuhn in der... äh, in den Erdboden verschonten. Ähm, ich werde jetzt hier einfach mal auf den Server joinen. Wie ihr seht, die IP ist natürlich versteckt. Huh, ich werde auch mal machen. So, Pettich hier. Nein. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns hier erstmal das Huhn. Denn wir spielen auf normal und da haben wir gerade eben schon gemerkt, dass wir unglaublich viel Essen verlieren. Und vor allem schnell werden müssen. Heiko empfohlen jetzt mal. Schau mir aber schon mal den Baum da. Jawohl. Und ich schieße mal kann ich wirklich mit aufnehmen wieder, also richtig. Und das freut mich, weil ich jetzt auch angenehme 30 FPS habe. Wie viel? 30 habe ich in der Aufnahme. Ich muss sagen, Ticketleid läuft besser als das andere. Da sind noch keine Mots drin in der Luft. So viel weniger sind sie eigentlich nicht. Ich glaube nur 30 oder so. Da sind so mit, da sind so mit, da sind so mit, da sind so... Mami? Oh, das war ein Hühlchen, oder wie viel wirst du was? Bring mal hier, du. Würde, du bist irgendwo runtergefallen, glaube ich. Das ist positiv. Hahaha. Hühnchen darf ich gerade unten. Hahaha. Der hat immer einen Parfeler runter zu fliegen. Und dann schecken. Alles klar. Mach dir mal eine Stolzbitte? Spitzende, blablabla. eine Holzspitzhacke immer nur stolz mit Stolzpitzhacke immer doch immer das stimmt das stimmt das stimmt und fahrt mich auch Gott um die Augen der Nürnberg und das nicht einfach mit umhalten herumzwingen so mal das ist ja 1 4 okay ich muss mich auch wieder umgewöhnen das wird lustig oder eine rechte Eindrüst das erste was man es eigentlich macht mit der Holzspitzhacke in Stein zu fahren ja willst du machen oder soll ich machen ich bin ich kümmer mich hier gerade um die restlichen Höhle Steinchen was wir ein bisschen was zu essen haben und die Nacht überleben genau ich hoffe man kann es dann mal irgendwann wenn die Autoren aufzunehmen dass ich dann das nicht mehr aufnehmen und nicht mit dem Atomkraftwerk da aufeinander sitzt dann schon oder was dann werdet ihr mich nicht mehr weiß was alles brauchen wie vorliegen von dem müssen das wird leben anfangs Atomkraftwerk haben oder nein und einfach mal weiß ach so das kann ich das kann ich machen ich werde mir jetzt auch ein paar Videos angucken was wir tun was wir tun was wir tun mehr abdienst ja es sei nicht naja aber wie gesagt ich war da nicht so aktiv dabei ich war immer nur so ich habe immer nur so Teilfolge angeguckt ach so ja und auch von wenn ich halt auch noch relativ selten ich habe was ich wirklich komplett verfolgt haben war es siehst du 5 es war allgemein letztlich soll ich gar nicht so oft sondern ich habe auch nur noch mit Leuten oder so und so ist so wie zumal es ein Zünder und ein einleitender und die gleiche ja finde ich jetzt nicht so um interessiert um ein schlafen gut mit dem schlafen er ist so ein schlafen bei Musik Arndt auch anstarten und immer langweilig in den letzten Jahren Roboter ein Baumarkötzenofen am besten hier drin Kümmerkund ist damals unser anfangs ausgenutzen aber auch immer für euch Echt? Okay, ja. Hast du die Kohle abgebaut? Ja, hab ich. Okay, gut, weil ich kann schon gar nicht mehr sprinten. Wunderbar. Ähm, Ofen. Kohle. Komm, erstmal dazu, oder? So ein bisschen. Ja. Mach'n da eine Tür rein. So. Ach ja, gleich mal vorweg. Ich hätte Strong Smith Picture Pack und Juli hat das. S-Fax. Fax. Was eh kein Schwein aussprechen kann. Fax. Fax. Ich am Anfang auch, aber ich am Anfang immer so, S-Fax. S-Fax. Was ich nämlich, Texturack, die man einfach aussprechen kann. John Smith. Aber ich finde einfach, sieht geil aus. Was ich natürlich noch brauche, ist, wäre Optifine. Muss man dann Paddy noch zeigen, wie wir erst bei sich gemacht haben. Ja, nochmal, es ist in Ordnung. Wow. Wow. Hast du Holz? Okay. Hm? Was ist das? Hast du Holz? So was? Für eine Steinspitzhacke. Warte, ich mach gleich mal ne gesamte Ausrüstung. So, deine acht Hühnchen sind da noch drin. Wundervoll. Bleib doch mal da. Ja. Ja. So, ich habe noch drei Mal. Ja. Einmal. 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 Juhu. Schaufel auch, ich kann. Wie solltest du? Ja. So, die solltest du. Bitte. in der Kirche die Fünfte bei der Welt so hat man auch hier wird man in anderen Leuten ist bestimmt nicht mehr viel Holz oder ich habe noch 5 manche gut die sich ja so dass man bei mir mit einem Schlagabfall abfällt recht hoch erken oder ihn sogar die Blätter mit der und die vier Stelle über den Markt m okay da jetzt die Funde war es nicht so gut und die Kunde die Rüstung ich springte jetzt mal extra nicht okay zum WS aber nur die Banken Ähm, warum setze ich am besten hin? Alter, weil wir irgendwie hoch sind. Oh Gott. Ich muss erst mal zackern.